Josen Matrosen, euer Rhi hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer Runde Pickups. Ich habe die Woche ein paar Dinge reinbekommen. Fünf an der Zahl und ihr wisst ja, wenn ich so mindestens fünf Sachen habe, dann gibt es eine Folge Pickups bei mir. Bevor wir anfangen, möchte ich darauf hinweisen, das Gewinnspiel für das Soccer hier wurde im letzten Video im Podcast mit dem Attic Pleasures gelost, gezogen, damit ihr seht, da hat alles seine Richtigkeit gewonnen, hat der oder die Roadblockers Gaming. Hat das Spielchen gewonnen, bitte bei mir melden via Instagram oder Facebook mit Adresse, damit ich weiß, wo ich das hinschicken kann. Gut, lange Rede, kurze Sinn, ab geht's. Das erste, was ich euch gerne zeigen möchte, ist ein Spiel aus dem eShop. Ich habe durch die ganzen letzten Switch-Einkäufe einige Punkte bekommen. Das hat mir am Ende 2,70 Euro oder 80 gespart im Endeffekt. Hab dann für dieses Spiel, was jetzt kommt, 10 Euro noch was bezahlt, also es liegt bei irgendwo bei 12, 13 Euro. Es geht um Jets & Guns 2. Ist ein horizontaler Shoot'em-Up. Keine Ahnung, ob es da einen ersten Teil gibt. Ich habe dieses Spiel im Shop gesehen und es hieß Jets & Guns 2. Also Jets & Guns 2. Hab mir Gameplay angeschaut, hat mir gleich ganz gut gefallen. Hab's dann auch eine Runde gezockt. Ich wollte es nur anzocken gestern, damit ich irgendwas darüber erzählen kann und es war 12 Uhr nachts und ich war an dem, also gestern seit 3 Uhr, also fast 24 Stunden wach, aber ich habe trotzdem 2, 3 oder 4 Levels gespielt, weil das Spiel einfach Bock gemacht hat. Ja, also wie gesagt, das ist ein Side-Scrolling, also horizontaler Shoot'em-Up, ähm, ja, zur Story, äh, äh, Aliens greifen an, wir sind die letzte Rettung, pipopo, blablabla. Was ich aber sehr cool fand an dem Spiel ist, es ist doch, also in den 3, 4 Levels, die ich gespielt habe, es ist doch recht, äh, vielseitig. Sprich, ähm, mal sind die Levels schneller, mal sind sie langsamer, auch das Waffensystem ist sehr cool, denn man, ähm, ähm, wertet seine Waffen nicht während den Levels auf, sondern, ähm, nach jedem Level, ähm, beenden kann man in einen Shop rein und quasi, ja, RPG-mäßig sein Schiff leveln, ja. Ähm, grafisch finde ich das Spiel mega geil, der Soundtrack ist, ist ganz, äh, ist ganz cool, es ist so ein härterer Metal-Soundtrack auch, oder, oder Rock-Soundtrack, passt auf jeden Fall sehr gut, ähm, die Animation in dem Game, der Schiffe, der Explosionen, mega geil, was ich auch sehr geil finde, ist, ähm, man sieht auf dem, manchmal, äh, also auf dem Boden rennend und manchmal fliegend mit so Jetpacks, so kleine Manikens, ja, so kleine Männer, Männchen, ja, und die haben auch echt, äh, ungefähr die Größe zu, ja, wie, unserem Schiff halt, ne, also, wir haben, keine Ahnung, ein Wohnzimmer, großes Raumschiff oder doppelt so groß und die Manikäne auf dem Boden sind halt echt so, so kleine Hüpferles, so. Und wenn man die abschießt, dann zerfetzen die dementsprechend und ich fand das einfach, war ein ganz cooler Touch für das Game, ja, also, ja, fand ich, äh, fand ich nice, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde es auf jeden Fall weiterzocken, es hat mir Bock gemacht, ja, drei, vier Level, nach fast 24 Stunden wach sein, obwohl ich es nur ganz kurz anzocken wollte, denke, das spricht für sich und, äh, ja, ich habe noch, also, ich habe zwei PS4-Titel und zwei, äh, zwei Switch-Titel, da mache ich mal so, dass immer eins nach der Reihe kommt, also, das erste Game für die PS4 ist ein Spiel, das schon lange, lange, lange auf meiner Liste steht, ich aber, ich gehört habe, dass es einen physischen Switch-Release geben wird dafür, aber bis jetzt ist nichts getan und das Spiel ist fast kostenlos mittlerweile, sage ich mal, es gibt das Spiel im eShop, aber eben noch keine physische Version für die Switch und deswegen stand ich im Mediamarkt und habe es mir für 17,99 mitgenommen, ich wollte nicht mehr länger warten, meine Damen und Herren, es geht um Hellblade Zenua's Sacrifice, ähm, viel, viel, viel und nur Gutes über das Spiel gehört, ähm, auch wenn es ein etwas kürzeres Game ist mit 6 Stunden Spielzeit, aber ganz ehrlich, das ist genau mein, mein Ding, ja, für jemand, der, ähm, viel arbeiten geht und Sport macht und Freundin und bald ein Hund, ja, hoffe ich zumindest, ja, da bleibt nicht viel Zeit für diese riesen, ähm, ja, äh, epischen 100, 200 Stunden Games und dann ist sowas wie Hellblade Zenua's Sacrifice mit 6 Stunden dann halt genau richtig für mich und, ähm, wie gesagt, sehr viel Gutes über das Spiel gehört, das Setting ist natürlich geil, ich liebe diese nordischen Settings, ja, Wikinger-Style, ähm, hab mir sogar mal, äh, letztes Jahr auf dem Flohmarkt so einen silbernen Kelch gekauft, wo raus ich schon ein paar Mal getrunken hab, gut, das ist eher, äh, Wikinger ist ja dann eher, wäre eher Holz, aber zumindest sah das so aus, als wäre es von der Zeit, naja, egal, auf jeden Fall, Hellblade Zenua's Sacrifice, schauen wir mal ganz kurz rein, äh, ja, wie so oft bei PS4, leider etwas Schmuck und lieblos innen drin, hier ist das Game natürlich, ansonsten passiert hier nicht viel, ja, äh, von den Schöpfern von Heavenly Sword, oh, übrigens, Heavenly Sword auf der PS3, sehr geiles Spiel, bitte, bitte, äh, mal abchecken, wenn ihr es noch nicht getan habt, und Devil May Cry kommt jetzt eine brutale Reise in die Welt der Mythen und des Wahns, ähm, so wie ich es besetzt sehen konnte, ist das Spiel absolut bildgewaltig, die Szenarien, ähm, die Atmosphäre, der Peter Petendo hat dauernd gesagt, wenn du das spielst, zieh bitte Kopfhörer auf, ja, weil in dem Spiel, ähm, scheint unsere, äh, Zenua, wenn das die Dame ist, mit der man spielt, an, ich sag mal, also sie hört einfach Stimmen in ihrem Kopf, ja, und, ähm, klar, wenn man eine 5.1-Anlage hat, ist das cool, aber wenn man gescheite Gaming-Kopfhörer hat, dann soll das scheinbar mega krass sein, was mir auch aufgefallen ist bei dem Game, ist, dass die, äh, das, ich sag mal, das Interface, also das, äh, Bild, das man sieht, äh, man sieht nur das Bild, ja, man sieht kein, man hat keine Lebensanzeige, man hat keine Karten, ja, keine Minikarte in der Ecke, gar nichts, ja, was sehr geil sein kann, wenn es richtig gemacht wird, denn sowas zieht meiner Meinung nach den Spieler noch mehr in das Spiel hinein und lässt einen vergessen, dass man überhaupt ein Spiel spielt, ja, ähm, ja, ich bin, ich bin hart gespannt, ich werde es, wenn ich Zeit habe, heute definitiv noch rein, äh, ploppen, denn ich zocke auch gerade, äh, das, was ich jetzt als nächstes zeige, zocke ich auch gerade nebenbei auf der Switch, aber ich will es endlich zocken, Hellblade, Senua's Sacrifice, äh, ich freue mich schon, ich freue mich schon mega drauf, ja, ja, Hellblade, Senua's Sacrifice für die PS4. So, der nächste Titel, ein Switch-Titel, ähm, gab es auch im Mediamarkt für 29,99 und bis jetzt, ich habe knapp eine Stunde investiert in das Game, allemal wert, es geht um The Persistence, ähm, so heißt das Raumschiff, auf dem wir unterwegs sind, wir spielen, äh, wie heißt die Dame nochmal, äh, ich hab's vergessen, ihr wisst ja, ich und Namen, wir spielen die, ich will nicht sagen, einzige Überlebende auf dem Schiff, denn an und für sich sind alle gestorben, warum auch immer, ähm, und unsere, äh, unser, unser Schiff-Computer hat scheinbar die Möglichkeit, ähm, ja, zu klonen und hat uns somit geklont und damit wir, ja, versuchen können, wieder auf, und die Erde oder wo auch immer wir herkommen, ja, damit wir wieder es schaffen können, zurückzukommen. Und, ähm, das Ding ist auch, wenn man stirbt, fängt man nicht von irgendeinem Checkpoint an, sondern von ganz vorne vom Spiel, also es ist ein, äh, ein Roguelike-Game, sprich, wenn man, man wacht auf, aber man hat die Fähigkeiten, die man sich angeeignet hat, denn, ja, das Spiel hat, äh, auf jeden Fall eine große, äh, Variation an, an Upgrade-Möglichkeiten, ähm, Waffentechnisch, äh, äh, Telekinese-Technisch und so, also sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Und, was mich auf jeden Fall hart getriggert hat, das, es zu kaufen, waren die Gameplays, die ich, und die Reviews, die ich mir so angeschaut habe, denn viele vergleichen es mit Dead Space und wer mich kennt, weiß, dass auf der PS3 Dead Space zu meinen absoluten Lieblings-Games gehören. Alle drei Teile hart genossen, und es gibt auf jeden Fall den Vibe, ja, man ist alleine nur mit seiner KI im Ohr auf einem Schiff und kämpft ums Überleben gegen, ja, ich sag mal, die Menschen, die da noch an Bord sind, sind keine Menschen mehr, sondern, ja, zombifizierte Wesen, sag ich mal, ähm, ich weiß nicht, ob da noch krassere Monster kommen oder wie auch immer, das, ich geh mal hart davon aus, soweit bin ich aber noch nicht in dem Spiel, ähm, was ich aber lustig fand, ist, dass die Menschen, Zombie-Wesen, die man da trifft, immer noch so tun, als wären sie Menschen, sag ich mal, denn man sieht sie immer wieder, äh, wie sie an irgendwelchen Schaltpulten stehen und rumdoktoren und machen und tun, aber wenn sie einen sehen, dann wird man sofort angegriffen und dann, äh, geht's ab. Ähm, das Spiel setzt eigentlich viel auf Stealth, also Schleichen, man kann aber, wenn man Bock hat, äh, Guns Blazing rein stürmen und Rambo-mäßig da abgehen, ähm, man muss, was aber besser ist, ist immer die, ja, man, es wird, es ist besser, wenn man Stealth-mäßig rangeht, denn man hat so eine kleine, ähm, Hakenknarre, sag ich mal, die schießt man den bösen Menschen, Zombies da in den Nacken und zieht denen ihr, äh, ihr, nicht Knochenmark, ihr, ähm, ihre Stammzellen raus und damit kann man dann auch, ähm, äh, ja, an bestimmten Orten Upgrades bezahlen, sozusagen. Schauen wir mal ganz kurz da rein, was liefert uns The Persistence, wenn wir es aufmachen? Ah, einfach nur weiß. Lieber wäre mir einfach nur schwarz, weil dann hätte man zumindest so ein, so ein Weltraum-Theme, ja, aber, naja, das Spielchen und hier ist die Rückseite. Kannst du The Persistence überleben? Steht hier dick und fett drauf und, ja, wie gesagt, ich fand's cool. Das Einzige, was mich ein bisschen stört bei dem Game, ich hoffe, man kann das irgendwie durch, ähm, upleveln oder so, aber ich, ich, ich befürchte nicht, ist die Steuerung. Sprich, wenn man den Pro Controller in der Hand hat und zum Beispiel nach rechts oder nach links geht und dann drückt man nach rechts, dann passiert nämlich, dass, es ist, es ist nicht sehr direkt, die Steuerung ist nicht sehr direkt, sondern es dauert eine Sekunde, bis, bis man dann nach rechts schaut, aber wenn man dann nicht schnell genug den Analogstick loslässt, dann macht's, wupp, und, ja, naja, ähm, das ist ein bisschen schade, ist es sehr gewöhnungsbedürftig, aber, ja, der Rest gleicht das meiner Meinung nach aus, das Setting, äh, die Atmosphäre in dem Game. Auf jeden Fall cool, also, ja, für die, äh, Nintendo Switch, The Persistence. Und, äh, wer Bock hat, kann das auch auf der PS4, äh, zocken, nämlich in VR, ja. Geht ja leider nicht für die Switch, aber wer Bock hat. Also, The Persistence auf der, äh, Nintendo Switch und so weiter. Das nächste Game, wieder für die PS4, äh, ist ein, ein, ein Movie-Franchise, der leider ab dem zweiten Teil einfach nicht mehr auf die Beine gekommen ist. Gibt, glaub ich, sechs Teile mittlerweile. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um Terminator, Resistance, hab ich mir mitgenommen für 15 Euro aus dem Game-Studio in Nürnberg. Danke nochmal Chris, äh, der war leider nicht da gestern, deswegen schöne Grüße von hier. Ähm, ja, wie gesagt, filmtechnisch erster und zweiter Teil von Terminator, brauchen wir nicht reden, absolute Klassiker. Der Terminator 2, meiner Meinung nach, bis heute, das, der beste zweite Teil, überhaupt von irgendeinem Film oder überhaupt irgendetwas. Dann kam, äh, Terminator 3. Terminator 4 war ja die, äh, war Salvation hieß das, glaub ich, soweit ich mich erinnern kann. Der hat mir nicht schlecht gefallen mit Christian Bale, der, äh, das Setting war zumindest cool, ja. Dieses, äh, Los Angeles, ähm, äh, postapokalyptische Setting fand ich cool. Aber, ähm, alles andere danach, hab ich mir, hab mir schon die Trailer einfach nicht getaugt, ja. Hab ich einfach, hab ich gemacht, ja, komm. Und, alle, alle sagen einfach, tu dir es nicht an und schau sie nicht. Ähm, zum Spiel sei gesagt, soweit ich's gesehen hab, also, spalten sich da ein bisschen die Meinungen. Viele sagen, ey, es ist ein, ja, es ist ein nicht sehr cooles Spiel, es ist, naja, hat so eine Filmumsetzung, keine wirklich gute. Die anderen sagen aber, ähm, ja, doch, es ist durchaus gelungen und bis heute wahrscheinlich das beste Terminator-Game mit Abstand, ja. Es ist ein First-Person-Terminator-Game, also man spielt einen, ähm, ein Mitglied von John Connors, äh, ähm, ja, ähm, Resistance, sozusagen. Und, äh, kämpft sich seinen Weg quasi, also, wehrt die Gegnerhorden der Terminator ab. Wobei ich mir hab sagen lassen, dass die eigentlichen Terminator in dem Game recht spät kommen. Also, vorher kommen einfach nur so komische Roboter-Viecher, so kleine, so runde, acht Beinen und wie auch immer. Und die Terminator selbst seien auch etwas underpowered in dem Game, also sie sind relativ schnell bezwingbar. Wobei, ja, es wär halt, wär auch nicht so cool, wenn du dich mit jedem Terminator drei Minuten beschäftigen musst, bis du ihn endlich platterst. Wird dann auch wenig Sinn machen und, naja, Spaß, wie auch immer. Ja, ähm, auch dieses Spiel soll nicht so lang gehen, so zehn Stunden, äh, die Story. Und es ist eine reine Story, es gibt kein Multiplayer, es gibt kein, ja, kein Splitscreen, wie auch immer. Es ist ein reines Multiplayer-Game. Zehn Stunden, genau wichtig für mich, ja. Und es ist einfach, es soll einfach ein, ähm, ja, ja, grafisch ganz gut gemachtes und, ähm, einfach hirnloses, äh, Geballer sein, ja. Ohne, die Story ist jetzt nicht zu krass und so, das Voice-Acting soll auch sehr schlecht sein in dem Game. Aber, äh, für 15 Euro, denke ich, kann man sich das mal, äh, kann man sich das ja mal mitnehmen. Ich mach's mal kurz auf und ich befürchte auch hier. Oh, oh, okay. Okay, ich hab hier, ich hab hier einen Code. Thank you for printing your residence. We've collaborated in the environment. Äh, Comics. Okay, ähm, falls es noch geht, schenke ich euch, äh, die scheinbar digitalen Comics, könnt ihr euch gerne, könnt ihr euch gerne nehmen. Ansonsten auch hier, ne, PS4-typisch, ne, das Spiel ist drin. Und die Rückseite, du selbst bestimmst dein Schicksal. Das, äh, ist ein schöner Gedanke. Ob das wirklich so ist, sei dahingestellt. Ja, also PS4, Terminator Resistance. Und zu guter Letzt ein Switch-Spiel und da sind eigentlich, eigentlich sind's drei Spiele, also drei Spiele in einem. Ihr könnt's euch schon denken, denke ich mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Mario, Super Mario 3D All Stars. Auch das Spiel hab ich aus dem, ähm, Game Studio beim Chris gekauft. Zum Vollpreis von 60 Euro. Ähm, der ein oder andere schimpft über den Preis. Ich sag mal so, ich hab Super Mario 64 damals, äh, angezockt und aufgrund des miserablen N64-Controllers nicht weitergezockt. Ähm, Odyssey hat mir mega gut gefallen, deswegen sollte mir, denke ich, Super Mario 64 auch gut gefallen. Ähm, Super Mario Sunshine hab ich auf dem Gamecube mal angespielt. Da kann ich mich aber noch erinnern und ich weiß nicht, ob's an meiner Gamecube lag oder an meinem Röhren-TV damals. Das Spiel, und ich weiß, es heißt Sunshine, aber das Spiel war so grell, dass ich mir, ich konnt's einfach nicht zocken. Das war mir, das war mir zu grell. So, äh. Ja, ähm, ich hab's angezockt und, äh, hier scheint's auf jeden Fall besser zu sein. Und dann haben wir noch, äh, Super Mario Galaxy. Basti, da sagt er auch der ein oder andere, das ist mit der beste Plattformer, also Jump'n'Run-Plattformer Mario Teil ever. Mit einer der Besten auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir aber ein bisschen, ein bisschen zu den, äh, Negativpunkten, da hatte ich mich mit, äh, Basti RetroRix drunter, äh, drüber unterhalten. Die Spiele scheinen da drauf relativ lieblos geportet sein, ähm, sprich, sie sind überhaupt nicht überarbeitet. Sie haben auch scheinbar die, ähm, ja, die, die Spiele einfach emuliert drauf. Also nicht neu programmiert oder wie auch immer. Scheinbar haben sie ein bisschen die, die Controls angepasst für den, für den, ähm, für den Pro Controller. Das Ding ist nämlich, bei Super Mario Sunshine hat man ja zum Beispiel auch einen, äh, so einen Wassertank auf dem Rücken. Und der Gamecube Controller, der hat ja einen, äh, analogen, äh, analogen Schulterbutton. Damit konnte man den, den Wasserstrahl quasi, ähm, dosieren, sag ich mal. Und da wir bei dem, äh, Pro Controller hier nur digitale Schulterbuttons haben, sprich, das geht nur, ja, geht nur eine Stärke, da lässt sich nix, nix dosieren hier. Äh, haben sie irgendwie scheinbar mit drückendes L-Knopfes irgendwie, keine Ahnung, ob das, ob ich jetzt nur Müll erzähle, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, ich für meinen Teil, klar, es hätte auch 40 Euro kosten können, ich sehe es aber so, ich habe hier drei Games, die ich nie gezockt habe, großartig. Von daher, ähm, sind wir mal nicht so und legen mal die 60 Euro am Tisch. Hier hinten steht zwar drauf, also eher mit überarbeiteter HD-Grafik und verbesserter Steuerung für Nintendo Switch. Wie gesagt, ähm, scheinbar, keine Ahnung, ich kann dazu jetzt nix wirklich sagen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Grafisch-technisch muss ich sagen, muss ich sagen, grafisch-technisch muss ich sagen, haben mir alle drei Teile ganz gut gefallen. Man sieht natürlich, dass da jetzt nicht, ähm, Odyssey-Engine-mäßig geremastert wurde, aber man hat einfach durch den HDMI-Ausgang der Switch, ähm, dennoch viel besseres, also besseres Bild als die, die, ähm. Ähm, äh, die, die Composite-Signale der Vorgänger, äh, Konsolen, ja. Von daher, passt für mich, ja. Ähm, ja. Super Mario 3D All-Stars. Schauen wir mal noch mal kurz rein. Front-Cover ist ganz cool gemacht. Ich hab, äh, leider das PAL, die PAL-Version erwischt, die PEGI-Version mit diesem hässlichen Sticker. Die PEGI-Version hat einen etwas kleineren Sticker hier im Eck. Äh, naja. Ich hab auch nicht drauf geachtet, dass ich es gekauft hab, muss ich echt zugeben. So, wenn wir hier aufmachen, hu, endlich, endlich mal, äh, ein bisschen, ja, ein bisschen was los hier. Ähm, die, ja, einzelnen Screenshots der, der einzelnen Games, die wir hier sehen. Immerhin mal etwas, ja, besser als ein weißes Blatt oder so. Und hinten drauf auch noch mal, ja. Erlebe Marios erste 3D-Schritte aufs Neue. Ähm, da sind auch, was ich ganz cool finde, zu jedem Teil, ähm, ist der Soundtrack dabei. Und hier steht's mit 175 unvergesslichen, unvergesslichen Titeln. Also 175 Musik-Tracks hat man drauf, ja. Ja, sehr cool. Super Mario 3D All-Stars. Ja, das waren meine Pickups für diese Woche. Für meine, für meine, für meinen Geschmack. Ja, doch, ein ganz, ganz, ganz schöner Haufen, ne. Gut, wie gesagt, ähm, Roadblockers Gaming, bitte bei mir melden, dass ich dir dein Socker schicken kann. Ähm, nächste Woche gibt es... Entweder ein, muss ich mal schauen, entweder einen schönen Podcast mit einem sehr, sehr coolen Gast aus Nürnberg. Ähm, oder die Roomtour, ja. Dann bin ich nämlich, ich hab hier noch ein kleines bisschen was zu tun, hier an der Ecke da oben. An der Decke, meine ich. Und dann bin ich fertig hier. Dann steht dieses, dieser Game Room. Und dann, äh, äh, mach ich eine kleine Tour mit euch, ja. Gut, in diesem Sinne, stay safe. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt wie ihr seid, äh, passt auf euch auf. Euer Rhi. Euer Rhi. Boa. Euer Rhi. Ich,의 Koffer. Euer Rhi. Jakm. Wel Singh. Euer Rhi. Dann bin ich nicht mehr für zum Beispiel. people... Ich. Ich. Wir, ich. Untertitelung des ZDF, 2020